Ah, wenn der Moritz zwei große Ohrlöcher hat, er morgens nach dem Aufstehen immer eine große Wurst packt, dass er eine Latte hat, trotzdem er dacht nach dem Kacke noch eine Latte hat, und diese dem Christiananal penetriert. Der Julian, der hilft mir beim Singen, wie so einen Spaß. Der Moritz, der hat einen Bowler, und das find ich krass. Die Kamera ist von Canon, ja, das weiß ich genau, der Moritz, der macht sich oft zur Sau. Trotzdem hat der Moritz ganz schön dicke Nippel, und wankt sich auf und zu mal seinen kleinen Schnippel. Weiße Zähne hat den Moritz, das find ich wunderbar, er kämmt sich auch ab und zu durchs Haar. Zähne hat den Moritz, die ich LC-Cirche, homework mit dem Essen herrschen, Oh. 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 ARD Text im Auftrag von Funk